Ah, let's play like a legend, hm. Ach, gib auf Trotz! Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei Holston TV, sagt euch der Opa Mario der alte Sack. Das war schön. Das stimmt. Prima. Das hast du gut gebraucht. Einmal frei. Weiter so. Trailing by a few shots after that hole. Always positive coming of a birdie. Let's see what happens here. I can't hear them, mate. Mar 5, 581 yards. Most players will be laying up for their second shots as a large pond on the right hand side of the green. Collect your golf ball if you hit a wayward one going forward in two. That's a nice looking tee shot that one. Second shot here on the 10th hole. Oh, 10's here, huh? 3. 2. Da we go. 4. 1. So. 5. noch zu viel da? ne? gut gegangen gut 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 ja, sie ist unten, sie ist hinterher, ihre Rivalen zu fliegen, wir sehen, was passiert da kommt sie wo sind wir denn? sind wir auch an Loch 10 oder wo sind wir jetzt? jo gut 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 Mensch, ich rutsche hier bald schon am Stuhl, ich muss hier mal anders einstellen, die Neigung vor der Sitzfläche. Das ist irgendwie so schräg, ey. Schräg nach vorne. Das ist ja nicht schön. Aber sollte man den Weg finden, der zweite Schuss auf einem kleinen Plateau über dem Weg ist sehr basic. 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 Reicht doch. Seh ich das noch als Basic? Ah, Club. Stopp. Bitte Stopp. Halt. Habe ich mir meine Fahne geklaut, meine Orientierungshilfe. Anderthalb. Zu wenig. Zu wenig. Oh, right by the hole. Oh, what a shame. That would have been a nice one to hold. Putting for a par now. Our work here is done. Let's head to the next hole. Our current leader is enjoying a one-shot lead. Oh, man. Now taking off on the 12 hole. Par 3 plays 208 yards from the back and saying that this is a good birdie opportunity as the green is massive in size. Looks to be going with the hybrid here. Roll weiter ran da. Weiter ran. Hmm. Ich finde den lekt. Hmm. Hmm. Ein halbierer an der Unterseite. Oh, da Tiger. Tiger. Oh, da. Plup. Plup. So, erstmal fahren da rein. Ich bin gespannt. Kraft reicht. Nicht zu viel. Nicht zu viel. Ich sehe nichts, oder? Drinne. Das Geräusch hat mich. Wie sehen hat man in einem bescheidenen Augenblick wieder nichts. Ich sehe das wieder. Ich habe das wieder aufhören. Schön. Ich habe immer einen Teil von 2nd Platz. Always like to see your name moving up the leaderboard, never a bad thing. Let's see what happens here on the 13th hole, shall we? Par 4, back up the hill, 418 yards, the widest fairway on the golf course. Avoid all those bunkers. Second shot up the hill to a narrow green that slopes off on both sides. That looks to be a fairway finder to me. I'm playing this one about 130 yards out. Just one strike back in this tournament. I'm going with the 8-iron here. Hauptsache da drauf. Und Hauptsache bleibt da drauf. Try to get to find under me this part. Little birdie look in here. Ach, ich hab nicht lange genug gedrückt. Ich hab deswegen, ich wundere mich, wieso kommt denn die Linie nicht mehr? Ach. So. Ach. So viel. Jo. Steady now. Dann bleib liegen. Bleib liegen. Ja, das ist ein bisschen entschuldig. Der Putz ist etwa 8 ft. Ja, gut nachvollziehbar. Für den Par. Einmal der Leid nach dem Halt. Mal sehen, was passiert hier auf der 14. Par 4, 357 Yards, fast jeder Spieler auf dem Feld wird es ein Wurrl geben. Knack es auf und man kann es mit einem EGLE 2 bewerben. Der T-Shot sieht ziemlich gut aus. Da ist der Fall wieder. Leider hat der Mann einen wunderschönen Kuss gemacht. Wird reichen. Stopp! Halt an! Nein, du musst unbedingt auf dem blöden Panther. Hier sind wir mit dem 3. Schuss. Er hat den Hunt, nur ein Schuss auf dem Platz. Oh, das ging fast runter. Ja, mehr, 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 mehr Quatsch. Finde ich. Wollen wir nicht auf den Niko eingehen. Wo hat sie denn hier geschossen? Ich meine, die Tür ist ja niedlich. Aber... Ja. Hier einen Schlag haben wir noch gar nicht gesehen. Die Tür ist gut. Und hier ist die Tür. Hier ist die Tür. Die Tür ist gut. Die Tür ist gut. Das ist gut. Trees line the right and left hand side of the fairway now four under par currently tied for fourth place choosing the nine iron here come sehr schön good slim chance here for birdie but you never know anything in five feet would be handy from here man so good this is on a stupendous line what are we looking at for this one hand from the cup this is what they have left for part hammerhand sagte this really looks good yeah yeah looks good so get us so get us in she goes let's head to the next next time you